Musik Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich hier eingefunden mit meinen zwei deutschen Brüdern Viktor und Michael, um die nächste Lesung zu machen von dem Buch Karl Theodor Griesingers über die geheime und offene Wirksamkeit ihres Ordens, des Jesuitenordens, von der Gründung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, wo er das Buch 1866 veröffentlicht hat. Wir sind in dem zweiten Band und zwar, um es genau zu nehmen, im sechsten Buch, auch die Herzensgüte der Jesuiten oder die Erlaubnis zu Mord und Turchschlag, also auch ihrem Regizid, ihrem Königsmord. Im vierten Kapitel, das da lautet, der große Handel um Paraguay oder Don Sebastian Josef Carvalho Olmelo, Graf von Urias und Marquis de Pombal. Im zweiten Teil dieser Lesung, wir hatten letztes Mal mit Paraguay angefangen, was wir auch im ersten Band schon behandelt hatten, wo es um die Reduktionen ging und jetzt gehen wir da noch ein wenig intensiver drauf ein. Aber ich möchte erstmal meine beiden Brüder am Telefon begrüßen, Michael und Viktor. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo, liebe Zuhörer und vielen Dank für die Einladung. Heute geht es nach Südamerika, da ist es ein bisschen wärmer, deswegen zieht es auch viele Deutsche dahin, die sich um Deutschland verdient gemacht haben. Und heute erleben wir sicherlich, wie die Jesuiten zu ihrer Höchstform auflaufen und was sie am besten können, ist ganz, ganz viel Geld verdienen mit ganz, ganz wenig Arbeit und ganz, ganz viel Überzeugungsleistung. Und ich bin mal gespannt, was der Herr Griesinger heute an Horrorgeschichten für uns parat hat. Und da wir gerade von Geschichten reden und von solchen ganzen Dingen, da denke ich mir, da hat der Viktor sicherlich eine ganze Menge auf Lager, die er jetzt schon kennt, denn er sitzt ja eigentlich als Übersetzer an der Quelle und kriegt die deutschen Texte schon, wovor ich die zu sehen kriege. Deswegen begrüße ich jetzt den Viktor. Ja, hallo, moin, moin. Fand ich sehr erheitert und ich musste doch auch ein bisschen schmunzeln, denn ich denke auch, dass ja doch viele Leute, die sich verdient gemacht haben für Deutschland, sich gerne da absetzen oder auch, ja, so die südlichen Gefilde bevorzugen als Winterdomizil zum Beispiel. Ja, ich habe auch jetzt gar nicht so viel noch zu sagen, außer, dass ich dann gerne das Wort weitergebe an Jörg und der dann mit der Lesung beginnen darf. Ja, das werde ich dann auch tun. Ich verstehe nur Michael seine Bemerkung nicht, dass du irgendwelche Dinge kriegst, bevor er sie kriegt, weil das Buch hier, das hast du ja nicht übersetzt oder sowas. Das ist ja jedem offiziell zur Verfügung stehend. Also das muss ich ja gar nicht erst irgendwie verteilen. Deswegen verstehe ich die Bemerkung gerade eben nicht, aber spielt keine Rolle. Wir lesen hier weiter auf Seite 250. Also wir sind etwas über die Hälfte des Buches zum Glück schon gekommen. Ich werde auch gar nicht groß zurückgehen, weil das wäre hier einen ganzen Absatz, den man dann nochmal ganz machen müsste und das wäre ein bisschen zu viel. Aber der letzte Satz, den wir hier letztes Mal gelesen haben und auch besprochen haben, da gehe ich jetzt natürlich auf die Besprechung nicht mehr drauf ein, den werde ich nochmal eben vorlesen. Die Vorschrift aus Rom, also von dem General der Jesuiten an die Jesuiten in Paraguay in diesem Streit zwischen Portugal und Spanien lautet, Zitat, es sei die Rebellion zwar von den Herren Patribus zu leiten, aber nur versteckt und vom Hintergrunde aus. Darauf hatten wir dann ja kommentiert, dass Paraguay also in vielen Dingen ein Paradebeispiel für zukünftige Missionen ist, wo die Jesuiten aus dem Hintergrund heraus die Kriege leiten. Genauso wie sie es auch in ihrem Eid, dem vierten Eid der, wie nennt man das jetzt wieder? Oath of Induction heißt es im Englischen, also dieser Zugehörigkeitseid, dieser Eid zum Schwören der absoluten Treue an den Papst, oder an den schwarzen Papst besser gesagt, geschrieben steht, dass sie eben Krieg und Unruhe säen werden in allen Ländern und das natürlich von hinten heraus, also ohne erkannt zu werden, von hinter den Kulissen spielend. Ohne Zweifel ahnt nun der Leser, weil wir haben uns ja schon ein wenig mit den Jesuiten beschäftigt und wissen natürlich, was kommen wird, und darum will ich mich daher so kurz als möglich fassen. Ja, ich glaube, das Kapitel geht noch kleine 20 Seiten, also das kurz kann man dann relativ auffassen. Als die Bevollmächtigten der beiden Kronen, also Spanien und Portugal, mit ihren Leuten da eintrafen, wo die Grenzberichtigung ihren Anfang nehmen sollte, nämlich in der Reduktion Sankt Niccolo, rotteten sich die Indianer zusammen und ließen den Herren durch eine Deputation sagen, dass sie, wenn sie nicht gewaltsamen Widerstand erfahren wollten, sogleich unverrichtete Dinge wieder abzuziehen hätten. Natürlich remonstrierten die Bevollmächtigten und verlangten die beiden Patres, welche sonst gewöhnlich einer Reduktion vorstanden, zu sprechen. Aber allein diese Patres waren natürlich verschwunden und man konnte keinen von ihnen auftreiben. So ein Pech aber. Notgedrungen zogen sich jetzt die Bevollmächtigten zurück, aber nur um in einer zweiten und dritten Burgade, eine Burgade habe ich aufgesucht, das ist im Grunde eine kleine Stadt oder ein Dorf, also neben dem Ort, wo sie dort aufgetaucht sind, um jetzt daneben in einer zweiten oder dritten Burgade einen zweiten und dritten Versuch zu machen. Der Erfolg jedoch war überall derselbe und sie konnten nirgends mit ihren Geschäften beginnen. Demgemäß begaben sie sich nach Montevideo am Ausfluss des La Plata-Stroms und begannen da, sowie auch weiter oben in der Stadt Colonia, Truppen an sich zu ziehen, um die aufrührerischen Indianer mit Gewalt zur Raison zu bringen. Haha, aber allein damit kamen sie nicht so schnell, als sie gehofft hatten, zustande und erst im Frühjahr 1754 wurde es ihnen möglich, ins Feld zu rücken. Und dann erlebten sie ihre Überraschung. Sie vereinigten sofort ihre beiden kleinen Armeen, schifften den La Plata hinauf in den Parana und gingen dann auf die Indianer los, welche sich in der Nähe des Einflusses des kleinen Flusses Pardo verschanzt hatten. Es gelang ihnen dieselben zurückzuschlagen und etliche und 50 Gefangene zu machen. Doch war damit nicht viel gewonnen, weil sich die Indianer in kurzer Entfernung wieder sammelten und abermal in ein befestigtes Lager schlugen. Dagegen brachten sie von ihren Gefangenen in Erfahrung, wer dieselben Leiter und Anführer. Und siehe da, diese Leiter und Anführer waren keine anderen, als, wie die Bevollmächtigten von Anfang an natürlich vermutet hatten, die Herren Jesuitenpatris in persona. Nach kurzem Ausruhen drangen die Vereinigten Portugiesen und Spanier abermals vor und zum zweiten Mal errangen sie einen kleinen Sieg. Je weiter sie jedoch in das Land hineinkamen, umso größer wurden die Massen, welche sich ihnen entgegenstellte. Und da diese Massen sich zugleich ungemein Kriegsgeschick zeigten, also offenbar erfahrene Männer zu Anführern hatten, so blieb am Ende nichts übrig, als mit den Indianern einen Waffenstillstand einzugehen, um wenigstens nicht die Schande einer Niederlage zu erleben. Dieser Waffenstillstand wurde am 16. November 1754 abgeschlossen. Es unterschrieben ihn von der Seite der Indianer Don Franz Anton, Oberhaupt der Burgale von Sant'Angelo, Don Franz Cuarsu, Oberaufseher von Sant'Ricolo und die beiden Oberhäupter von Sant'Luigi, Don Christophe Aquatu und Don Bartolomeos Candiu. Und sofort wandten sich die beiden Bevollmächtigten an ihre Regierungen zu Madrid und Lissabon, um sich neue Verhaltensmaßregeln, sowie hauptsächlich um sich mit Waffen, Munition und Truppen zu erbitten. In beidem wurde ihnen augenblicklich Willfahrt. Und es langten also mit dem Schluss des Jahres 1755 nicht nur mehrere tausend Mann Höfstruppen aus Spanien und Portugal an, sondern es ergingen auch von den Regenten dieser Länder die strengsten Befehle an die Vorsteher und Provinziale der Jesuiten, sich ohne weiteres bei Gefahr ihres Lebens zu unterwerfen. Zitat Denn ihre Majestäten seien vollkommen genau davon unterrichtet, dass einzig und allein die Patres vom Orden Jesu die Schuld an dem Aufruhr der Indianer trügen. Und wenn daher nicht auf der Stelle die indianischen Völkerschaften zur Ruhe gebracht würden, so würden die Majestäten sowohl gegen die Oberen als die übrigen Jesuiten, so sich in ihren Reihen befänden, nach bürgerlichem und kanonischem Recht kriminell verfahren und sie als Verbrecher beleidigter Majestät bestrafen. Ende Zitat All dies machte jedoch keine Wirkung auf die Söhne Loyolas und von einer Unterwerfung war keine Rede. Somit vereinigten sich die beiden Heere im Januar 1756 zum zweiten Male und beschlossen durch den Pass von St. Tekla ins Innere Paraguais einzudringen. Es geschah und am 10. Februar kam es zur ersten Schlacht, wobei die Indianer nicht weniger als 1200 Tote auf den Platz ließen. Eine zweite und dritte Schlacht wurde ihnen am 22. März und 10. Mai geliefert und auch in diesen beiden zogen die Eingeborenen den Kürzeren. Allein die Europäer erlitten ebenfalls große Verluste und deren Anführer überzeugten sich immer mehr, dass hier von keiner Beendigung des Krieges die Rede sein könne, wenn ihnen nicht abermals bedeutende Verstärkungen aus Europa zugeschickt würden. Besaßen ja doch die Indianer, wie man jetzt endlich durch einige gefangengenommene Jesuitenpatris erfuhr, in dem Pater Gribouville einen Infanteriegeneral, in dem Pater Charles Donnier einen Reiteroffizier und in dem Pater Graz, genannt der furchtbare Bruder, einen Artilleriekommandanten, wie man sie sonst nicht leicht in den kriegsgeübtesten Armeen trifft. Und niemals vergessen, meine lieben Brüder und Schwestern, die Jesuiten sind ein Militärorden von der Gründung durch Inigo de Loyola an. Deswegen heißt es auch die Kompanie de Jesus. Die kennen die Umtriebe des Krieges, die wissen ganz genau, was sie tun und unter anderem haben die Jesuiten natürlich auch schon immer taktiert nach der Art des Krieges oder der Kunst des Krieges von Zanzu. Ein Buch, das ja wenige Jahre nach diesem, wo wir das hier lesen, wir sprechen jetzt über das Jahr 1758, wo das rauskam, das Buch von Zanzu wurde ja von dem Jesuiten Amiot veröffentlicht 1772. Und natürlich haben die Jesuiten ihre Taktik davor auch schon danach ausgerichtet. Die sind die Meister des Krieges. Die Verstärkungen, fährt der Autor fort, wurden übrigens auch diesmal bereitwillig geleistet, denn es lag den beiden Regierungen von Spanien und Portugal alles daran, dem Jesuitenstaat Paraguay und der darin angezettelten Rebellion zumal ein Ende zu machen. Und somit errangen die Generale Valdilirios und Dandrada doch endlich, obwohl allerdings erst im Verlauf der nächsten drei Jahre ein solches Übergewicht, das bis zum Jahr 1759 der Widerstand als völlig gebrochen angesehen werden konnte. Also wir sprachen eben noch über 1756. Auch hatten in dieser Zeit, also in den drei Jahren zwischen 56 und 59, die beiden Generale nicht wenige Jesuiten, die in dem Kriege eine Rolle spielten und nicht ihr Heil in der Flucht fanden, wohlverwahrt nach Europa hinübergeschickt und so dem Rebellentum die Seele genommen. Allein ganz zur Ruhe kam es in diesen Provinzen erst im Jahr 1768, also nochmals neun Jahre später, in welchem die sämtlichen jesuitischen Missionen im südlichen Amerika der Zivilbehörde übergeben wurden. Während nun dies in Paraguay vorging, fielen im Mutterlande Portugal nicht minder wichtige Dinge vor. Und da diese mit jenen großen Teils im engsten Zusammenhang anstanden, so wird es wohl an der Zeit sein, dass wir uns wieder an den Hof von Lissabon zurückwenden. Dort waren mit der Thronbesteigung Josefs I. im Jahre 1750 die Söhne Loyolas dem Anschein nach so mächtig geworden, als sie in frühen Jahren, denn der König und die Königin hatten, wie ich bereits weiter oben bemerkte, den Pater Josef Morere, die Königin Mutter, den Pater Josef Ritter, die königlichen Prinzessinnen und den Pater Timoteo Oliviera, der Bruder des Königs, Don Pedro, den Pater Hiacinth da Costa, die Prinzen Don Antonio und Don Emanuel, Vättern des Königs, die Patris Samuel de Campos und Josef Arogio zu Beichtvätern. Und überdies stand der Pater Rochus 100 Pfund bei der Königin, der Pater Gabriel Malagrida aber bei den Königen in größtem Ansehen. Kurz, alle Welt glaubte, dass der jesuitische Weizen nie üppiger geblüht habe als eben jetzt und die Söhne Loyolas selbst hielten dafür, dass ihre Macht in diesem Lande auf einen unerschütterlichen Felsen gegründet sei. Allein hatten sie ein Recht, so zu denken? Ein einziger Mann stürzte diesen Felsen um und dieser einzige Mann war Don Sebastian Josef Cavallo Melo, nachheriger Graf von Oreos und Marquis de Pombal. Geboren im Jahr 1699 auf dem Schloss Sur bei Coimbra und in ziemlich bescheidenen Verhältnissen, sein Vater war nur Kapitän und gehörte nicht zur ersten Adelsklasse, auferzogen schien ihm keine sehr glänzende Zukunft zu winken und ergriff daher zu dem gewöhnlichen Auskunftsmittel ärmere Adeligen. Das heißt, er trat schon sehr früh in die Armee ein. Als er jedoch wegen Raufereien aus Lissabon verwiesen wurde, bezog er sofort die Universität Coimbra, um die Rechte zu studieren und entwickelte da so große Talente, dass er bald alle seine Studiengenossen überragte. Man prophezeite ihm also eine schnelle Karriere im Staatsdienst, wenn er sich dem Richterstande widme und er hatte dies auch bereits im Sinne, als eine Dame seinem zukünftigen Leben eine ganz veränderte Richtung gab. Er lernte nämlich die ebenso schöne als reiche und vornehme Witwe Donna Teresa de Rorona Almada kennen und wusste diese so für sich einzunehmen, dass sie ihn trotz des Widerspruchs ihrer stolzen Verwandten heiratete. Nun aber erwachte auch sein Stolz und um den besagten Verwandten mit ebenbürtiger Stirne entgegentreten zu können, ging sein ganzes Dichten und Trachten von jetzt ab dahin, sich so schnell als möglich empor zu schwingen. Er nahm also sofort seinen Aufenthalt in Lissabon und suchte all da, nachdem er bei Hofe vorgestellt worden war, die Gunst, Johanns des Fünften zu gewinnen. Dies ging übrigens nicht leicht, denn die hohen Verwandten seiner Frau intriguierten auf alle Weise gegen ihn und brachten es namentlich dahin, dass der ganze vornehme Adel Portugals ihn als einen Eindringling in ihre bisherige Unnahbarkeit mit unversöhnlichem Hasse verfolgte. Endlich jedoch, anno 1739, erhielt er den Gesandtschaftsposten in England und dies war ein großes Glück für ihn, da er seine freie Zeit dazu benutzen konnte, um das für Portugal so verderbliche englische Handelssystem aufs Genaueste zu studieren. Nach sechs Jahren, anno 1745, wurde er von London abberufen, weil ihn ein neuer Minister, Johanns des Fünften, Peter von Motta, nicht leiden konnte und er lebte nun wieder verschiedene Monate lang am portugiesischen Hofe. In dieser Zeit starb ihm seine Frau, ein Opfer der Rache ihrer Verwandten, und nun trieb es ihn mächtig vom Hofe fort. Er ruhte also nicht, als bis er einen neuen Gesandtschaftsposten, den von Wien erhielt, und dieser brachte ihm mehr Glück, als er erwartet hatte. Er verheiratete sich nämlich allda zum zweiten Male mit einer Gräfin Daun, welche als frühere erste Hofdame der Königin Mutter von Portugal auf diese einen großen Einfluss besaß. Und über dem wurde er mit einigen Jesuiten, die damals am kaiserlichen Hofe allmächtig waren, so gut bekannt, dass dieselben ihm versprachen, ihn in seinem ehrgeizigen Entwürfen bestens zu unterstützen. Von allzu langer Dauer war übrigens die Mission Pombalz in Wien nicht. Vielmehr brachten es seine Feinde in Lissabon schon nach zwei Jahren dahin, dass er wieder zurückberufen wurde, und somit sah er sich zum zweiten Mal außer Amt und Würde. Allein so unangenehm ihm diese Zeit des unfreiwilligen Müßiggangs in mancher Beziehung auch war, so wusste er sie doch trefflich genug zu benutzen, indem er sich bemühte, die Gunst des Pater Morere und durch diesen dann das Herz des Kronprinzen Josef zu gewinnen. Ersteres fiel nicht schwer, weil Pombal durch die Wiener Jesuiten bestens empfohlen war. In letzterem aber, in der Gewinnung der Liebe des künftigen Monarchen Portugals, entwickelte der durch seine bisherige diplomatische Karriere zu ungemeiner Gewandtheite hergeschulte Mann eine solche Geschicklichkeit, dass Josef, sobald er anno 1750 zur Regierung gelangt war, denselben augenblicklich zum Staatssekretär der auswärtigen Angelegenheiten und kurze Zeit darauf zu seinem fast allmächtigen Premierminister machte. Jetzt endlich hatte Pombal das Ziel seiner vieljährigen Bestrebungen erreicht. Jetzt endlich konnte er die Pläne verwirklichen, welche er schon so lange im Kopf herumgetragen. Jetzt endlich daran gehen, sein schönes und einst so blühendes Vaterland aus dem Zustand der Ohnmacht herauszureißen, in welchem es seit vielen, nur zu vielen Jahren bereits dahin siegte. Es gehört nun übrigens nicht hierher, all die Reformen zu besprechen, welcher der neue Minister einführte. Das aber darf ich Ihnen nicht verschweigen, dass er eine Hauptursache der so tiefen Versunkenheit des Staates in den gänzlichen Zerfall des Handels sah, der früher eine nie versiegende Quelle des Reichtums für die Portugiesen gewesen war und dass er sich sofort fragte, woher dieser Verfall komme. Die Antwort war einfach daher, dass die Engländer und noch mehr die Jesuiten den ganzen Kommerz mit Ostindien und Westindien sowie besonders mit Südamerika an sich gerissen hatten. Denn neben ihnen den Söhnen Loyolas, welche über die ungeheuren Fonds geboten und eine kompakte Gesellschaft bildeten, konnte die einzelnen Kaufleute nicht mehr bestehen, sondern büßten nach und nach alles ein, was sie besaßen, das Kapital wie den Kredit. Zu diesem Punkt ist es ganz interessant, wenn man seine eigenen Nachforschungen anstellt über die Ursprünge der East Indian Trading Company. Die East Indian Trading Company war eine rein jesuitische, natürlich nach innen heraus, von außen konnte man das nicht so sehen, aber war eine rein jesuitisch geführte Handelsorganisation, die es sogar so weit brachte, ihre Handelsflagge so weit zu bringen, dass sie die erste Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika wurde nach der Unangemöglichkeitserklärung 1776. Das sind interessante Fakten, die man gerne in einem Buch wie zum Beispiel Herrscher des Bösen nachlesen kann, das ja inzwischen wohl auf dem Internet den Leuten zur Verfügung steht, nachdem unser Bruder Stefan das Buch wunderbar in seiner kompletten Form ins Deutsch übersetzt hat und inzwischen wohl auf dem Internet veröffentlicht hat. Heute, wo wir dieses hier lesen, am 4. Dezember noch nicht, aber ich denke, dass das gegen Ende des Jahres ist und dann ist dieses Video ja noch nicht hochgeladen. Also ich spreche von etwas in der Vergangenheit, was jetzt in der Zukunft passiert. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, ist aber so. Das muss nur noch ein bisschen Korrektur gelesen werden und gegen Ende des Jahres spätestens wird das im Internet veröffentlicht werden. Und in Herrscher des Bösen gibt es ein Kapitel oder zwei sogar, wo man da drauf ein bisschen näher eingehen kann. Und ansonsten muss man sich mal mit unserer Flagge beschäftigen, Our Flag, das ist ein englisches Buch, da geht es um die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika und wie gesagt, eigene Nachforschung rate ich immer sehr an in dieser Hinsicht und diese Handelsorganisation, von der hier spricht, der Handelsorganisation der Jesuiten, das ist die East Indian Trading Company, mit der die Jesuiten im Grunde den ganzen Welthandel kontrolliert hatten. Den Drogenhandel, den Alkoholhandel, was ja auch eine Droge ist und vor allen Dingen eben auch den Sklavenhandel. Die ganzen Sklavenschiffe, die von Afrika nach in den amerikanischen Kontinent hineinkamen, liefen alle unter jesuitischer Flagge. Und wer dann glaubt, dass die Piraten denen ein bisschen weh getan haben, die sollten sich mal damit beschäftigen, dass die Jesuiten übrigens auch die Gründer und Kontrollierer aller Piraten jemals auf dieser Erde existierten, waren damals. Interessant, aber das ist ein Feld, in das wir jetzt hier nicht reingehen. Aber das rate ich mal so zum eigenen Studium nebenbei an. Weiß ich nicht, ob einer meiner zuhörenden Brüder hier jetzt auch noch eine Bemerkung zu hat oder eine Frage? Ne, uns gruselt es schön. Ja, das kann einem natürlich auch anfangen zu gruseln, wenn man diese Sachen über die Jesuiten so alles lernt. Also, dann fahren wir fort. Diesem Übel abzuhelfen, beschloss Pombay, eine eigene Handelskompanie zu gründen, welcher der Handel mit den amerikanischen Kolonien Portugals freizugeben sei. Und zu gleicher Zeit wollte er darauf dringen, dass alles, was zur Geistlichkeit gehöre, sich den Geboten der Päpste gemäß von allem Kommerze fernhalten müsse. Als ein Mann der Tat aber ließ er es bei den Beschlüssen nicht bewenden, sondern er ruhte nicht, bis die Kompanie ins Leben getreten und das päpstliche Verbot erneuert war, trotzdem er sich nicht verhehlen konnte, dass er damit seine bisherigen Freunde, die Jesuiten, aufs Tödlichste verletzen werde. Letzteres war dann auch wirklich der Fall und die Söhne Loyolas traten sofort, ganz offen als seine Feinde auf. So ließ zum Beispiel der Vater Immanuel Ballester in der Domkirche von Lissabon eine fulminante Predigt gegen ihn los, in welcher allen denen, welche ihr Vermögen in den Fonds der neuen Handelskompanie niederlegen wollten, mit dem Zorn Gottes und der ewigen Verdammung gedroht wurde und ein anderer Jesuit mit Namen Benedikt von Zekka musste aus Auftrag seiner Oberen eine Schrift verfassen, aus welcher der König die Nachteile der neuen Ministerienmaßregeln erfahren sollte. Allein Pombay machte kurzen Prozess mit diesen beiden frommen Herren und verbannte sie ohne weiteres aus Lissabon, indem er zugleich allen denen mit dem gleichen Schicksal drohte, welche sich das Beispiel Ballestas und Fonsequas nicht zur Warnung dienen lassen würden. Infolgedessen wurden die Söhne Loyolas etwas vorsichtiger. Besonders da sie sich überzeugten, dass König Josefs Vertrauen zu seinem Günstling auf keine Weise zu erschüttern sei. In ihrem Innern aber stand der Entschluss umso fester, kein Mittel unbenutzt zu lassen, um den ihnen so gefährlichen Mann der Stadt dankbar zu ihnen zu halten, ihrem Eigennutzer eine so tiefe Wunde schlug und ihnen sogar das Herz des Königs entfremdete, um diesen Mann zu stürzen. Die Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten. Im Jahr 1755 nämlich erschütterte ein furchtbares Erdbeben ganz Portugal und verwandelte namentlich die Hauptstadt Lissabon fast durchaus in einen Haufen von Trümmern. Das Elend war grenzenlos, besonders da auch noch eine pestartige Krankheit nebst der grässlichsten Hungersnot in den Reihen des Volkes wütete. Seht ihr den Strafengel Gottes, schrien nun die Jesuiten, welche sich in jener Zeit fast allgegenwärtig machten. Erzüchtigt uns alle für die Gottlosigkeit jenes Mannes, welchen der König die Schwachheit hatte, an die Spitze der Regierung zu stellen und nie und nimmer wird der Zorn Jehovas weichen, als bis dieser frevelhafte Neuerer, der sich sogar an der Geistlichkeit vergriff entfernt ist, als bis er seine gerechte Strafe erhalten hat. Diese und ähnliche Worte halten jeden Tag laut an den öffentlichen Plätzen, sowie von den Kanzeln herabnieder und das abergläubische Volk, das sich wirklich überreden ließ, die Unkirchlichkeit des ersten Ministers sei schuld an der Zerstörung der Hauptstadt, sowie an dem grässlichsten Elend, so viele Tausende verlangte mit großem Geschrei den Fall und den Tod des Marquis de Pombay. Schon schwankte der König und wenn er dem Andrängen des hohen Adels, welcher den Minister, wie wir wissen, ebenfalls auf tiefste Haste nachgebend der zerstörten Stadt den Rücken geboten hätte, in welcher die Anwesenheit Pombals notwendig war, so würde es um den letzteren geschehen gewesen sein. Allein auch diesmal siegte wieder der Einfluss des Ministers und überhaupt bewährte sich seine geistige Kraft und Energie nie großartiger als eben jetzt. Dem Könige rief er zu, die Stelle des Regenten ist mitten unter seinem Volke und der König blieb. Dem fing an ihn zu segnen, weil er Ordnung schaffte, Wohnungen herstellte und den Armen Lebensmitteln gab. Der Adels Aristokratie beugte er den Nacken, indem er sich von seinem Monarchen ein Edikt geben ließ, welches die strengsten Strafen gegen die Lästerer der Regierung verhängte und sofort dieses Edikt gegen Männer wie Don Juan von Aragansa, Don Josef Calva de la Cerda und anderen in Anwendung brachte. Den Jesuiten endlich verbot er das Predigen sowie das Betreten einer Kanzel in ganz Portugal und dekretierte sogleich, dass ihnen von Stunde an alle weltliche Gerichtsbarkeit in ihren portugiesisch-amerikanischen Missionslanden entzogen sei. Das waren die Antworten Pompals auf die verleumderischen tollen Heids Angriffe seiner Feinde und er brachte sie alle damit zum Schweigen, die Söhne Leolas allein ausgenommen. Diesen schwoll vielmehr der Kampf vor Gift bis zum Bersten an und sie beschlossen, nachdem sie heimlich eine Menge von Anklagen und falschen Beschuldigung gegen den Mistler gesammelt hatten, auf den 21. September 1757 einen Sturm auf das Herz des Monarchen, worauf der vielgeltende Beichtvater erste Brescher schießen sollte. Zu ihrem Unglück jedoch wurde der heimtückische Plan dem Marquis de Pombay noch am Abend des 20. September verraten und er wusste sofort seinen unermüdlichen Feinden zuvor zu kommen. Interessant, hier lesen wir, dass dem Marquis de Pombay am Vorabend des Geschehens das zu geschehen Attentat verraten wird und von einigen Jahren davor nämlich 1605 vom Schießpulver Komplott hatten wir genau das gleiche, wo am Abend zuvor durch einen anonymen Brief der Mensch gewarnt wurde, dass er am nächsten Tag, das war dieser Lord Beaconsfield glaube ich oder wie der hieß, dass er am nächsten Tag das Parlament nicht betreten sollte und auch die Verschwörung vorher bekannt wurde. Also nicht zum ersten Mal Geschichte wiederholt sich, selbst in diesem Fall, dass der heimtückische Plan am Abend des 20. September verraten wurde und er dadurch sofort wusste und seinen unermüdlichen Feinden zuvorkommen konnte. Demgemäß bat er den König noch in der Nacht vom 20. auf den 21. den Staatsrat unter dem Vorsitz seiner Majestät versammeln zu dürfen und in dieser Sitzung wurde, nachdem das niederträchtige Intrigenspiel der als Beichtväter am Hofe fungierenden Jesuiten aufs klarste dargetan war, einstimmig beschlossen, diese Beichtväter sämtlich, sämtlich von ihren Stellen zu entfernen, sie in ihre Professhäuser zu konfinieren und dafür Mönche von anderen Orden als Gewissensräte zu berufen. Kaum aber war der Entschluss gefasst, so erhielt sofort der königliche Kammerherr Don Pedro José de Silveira e Botella Befehl denselben noch in der Nacht auszuführen und da dieser Kammerherr von sehr energischer Natur war, so befand sich bis morgens vier Uhr kein Jesuit mehr im königlichen Schlosser. Man kann sich denken, welch ungeheures Aufsehen dieses kühne Vorgehen Pombalz nicht bloß in Lissabon und Portugal, nein, sondern überhaupt in der ganzen Welt machen musste und der Minister selbst war sich gar wohl bewusst, dass er damit etwas unternommen habe, das ihm, wenn es fehlschlug, Ehre und Leben kosten musste. Allein so groß das Wagnis war und mit so furchtbaren Hindernissen er voraussichtlich zu kämpfen haben musste, er schreckte nicht zurück und zauderte selbst nicht einen Augenblick lang vor den großen Konsequenzen seiner Tat. Denn natürlich, die Verbannung der Söhne Loyolas vom Hofe war nur der Anfang und das Ende musste sein, ihre vollständige Verjagung aus Portugal oder womöglich ihre vollständige Verjagung aus der ganzen Welt. Vor allem ging Pombalv daran, die Welt über das wahre Wesen der Jesuiten aufzuklären und zu dem Ende ließ er aus archivarischen Urkunden sowie aus den Berichten der Generale, welche den weiter oben auseinander gesetzten Grenzregulierungsvertrag zu vollziehen hatten, eine Schrift anfertigen, in welcher das ganze Gebaren der Söhne Loyolas in der Republik Paraguay wahrheitsgetreu aufgedeckt wurde. In einer Fußnote lesen wir hier, der vollständige Titel des in alle lebenden europäischen Sprachen übersetzten Werkjens ist, Zitat, kurzer Bericht von der Republik, welche die Jesuiten in den spanischen und portugiesischen Landen und Herrschaften jenseits des Meeres errichtet und gegen die Waffen beider Krone zu behaupten gesucht haben. Dargestellt aus den Staatsarchiven beider Krone und aus anderen authentischen Papieren. Also man kann davon wohl ausgehen, dass dieses Werk, wie er hier sagt, oder Werkjens, dieses kleine Werk, wie er hier sagt, dass dem Autor das zur Verfügung gestanden hat und dass er daraus eine Menge der Informationen für sein Buch hier bezogen hat. Immer mal interessant auch um die Quellen nebenbei erwähnen zu können. Diese Schrift nun, fährt der Autor fort, versandte er an alle Höfe und verbreitete sie zugleich in mehr als 20.000 Abdrücken unter dem Publikum. Auch unterließ er es nicht überall öffentlich bekannt zu machen, dass der König von Portugal hauptsächlich durch die groben Verbrechen, deren sich die Söhne Loyolas in Paraguay schuldig gemacht hätten, bewogen worden sei, dieselben vom Hofe und seiner Person zu entfernen. Und die warnende Bemerkung, dass Menschen von solch hochverräterischen Gesinnungen für jede Regierung lebensgefährlich seien, fehlte natürlich eben. so wenig. Kurz Pombal tat sein Möglichstes, um der Welt über die Sozietät Jesu klaren Wein einzuschenken. Und da die Mitglieder derselben, die doch sonst so ungeheuer mundfertig waren, zu all diesen harten Bezüchtigungen verdutzt und gleichsam vom Schreck niedergedonnert stille schwiegen, ohne ein Wort der Entgegnung und noch viel weniger ein Wort der Widerlegung zu wagen, So musste notwendigerweise jedermann annehmen, es sei den frommen Vätern unmöglich, die gegen sie vorgebrachten Tatsachen auch nur zu beschönigen. Ich muss ja mal eben eine kurze persönliche Bemerkung mit reinwerfen. Ich bin ja Weinhändler und ich verkaufe die letzten Jahre manchmal einen Wein, aber hauptsächlich einen Porto, einen Portwein von der Pombaldo Vesuvio und das ist von dem Marquis de Pombal von dem seiner Familie. Verkaufe ich jetzt mit noch viel mehr Vergnügen, wo ich hier lese, wo der Marquis de Pombal herkommt, dass er so ein Feind der Jesuiten war, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich da noch mal eine Flasche Jahrgangsporto von aufmache, wird sie mir auch desto besser schmecken. Aber fahren wir fort. Demgemäß bekam der portugiesische Premierminister mit Leichtigkeit die Meinung, der ganzen Welt für sich und man gratulierte sich allenthalben, dass nun endlich der Mann erstanden sei, welcher die Kühnheit habe, der über die ganze Welt verbreiteten und bis jetzt für unüberwindlich gehaltenen Gesellschaft Jesu das Messer an die Kehle zu setzen. Pombal selbst fühlte jedoch wohl, dass mit dem, was er getan hatte, noch bei weitem nicht alles getan sei und insbesondere war ihm klar, dass ein katholischer Orden in einem so bigott katholischen Lande wie Portugal bis jetzt gewesen und noch war, unmöglich auf die Dauer gedemütigt werden könne, wenn nicht das Oberhaupt der katholischen Christenheit auf seine des Ministers Seite trete und seine Maßregeln sanktioniere. Er beauftragte also sofort den portugiesischen Gesandten in Rom, der Almada, in einer äußerst dringend gehaltenen Depesche vom 8. Oktober 1757, den damals regierenden Papst Antichrist Benedikt XIV. von all den oben angeführten Vergehungen der Söhne Loyolas ganz genau zu unterrichten und nahm hierauf gestützt den Beistand der obersten Kirchengewalt zur Bezähmung ihres frechen Mutwillens in Anspruch. Der heilige Stuhl heißt es unter anderem wörtlich in dieser Depesche Der heilige Stuhl wird die große Notwendigkeit einsehen, diese Religiosen wieder zu der Beobachtung ihrer ersten Ordensregeln zu bringen und sie von aller Einmischung in politische Hände, in zeitliches Interesse und Handelschaft zu entfernen, damit sie frei von der verderblichen Begierde die Höfe zu regieren und sich durch Handel, Wucher, Wechselgeschäfte und zeitlichen Gütererwerb zu bereichern. Gott dienen und ihrem Nächsten nützlich sein mögen. Es kann auch nur eine Depesche schreiben, die die Gründungspapiere der Jesuiten nicht kennt, weil die wurden ja niemals dafür gegründet. Aber trotzdem, die Absicht spricht hier dafür, aber auch gleichzeitig Unkenntnis. Ob man so etwas schreibt, dass sie sich also auf ihre Grund, wie steht das hier am Anfang, wieder auf ihre ersten Ordensregeln zu bringen. Ihre ersten Ordensregeln führen sie ja durch, das ist ja gerade das Problem. Ihre Ordensregeln sind, Feindschaft zu sehen, Krieg anzuzetteln, die Wirtschaft und die Regierung zu übernehmen. Das sind ihre ersten Ordensregeln. Also da ist nicht besonders viel mit geholfen. Aber es klingt natürlich schön in so einem Papier, in so einer Depesche. Es ist eben auch vieles nur Augenwischerei, meine lieben Brüder und Schwestern selbst in solchen schreiben. Das versteht man aber erst, wenn man wirklichen Hintergründe der Jesuiten kennt. Sonst sagt man von ja, aber warum machen die Leute das nicht? Das steht doch hier. Ja, weil das alles ziemlich machtlos ist, was hier gesagt wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten doch diese wunderbare päpstliche Bulle in Jungturm Nobis von 1543, wo den Jesuiten durch den General absolute carte blanche, absolute Herrschaft gegeben wurde. Das ist die Basis ihrer ersten Ordensregeln. Also wenn sie hier sagen, man muss sie wieder zur Beobachtung ihrer ersten Ordensregeln zu bringen, dann sind das nicht die hier aufgeführten Dinge, damit sie frei von verderblichen Begierde, Höfe zu regieren, sich durch Handel, Wucher und Wechselgeschäfte zeitlichen Gütererwerb zu bereichern. Das ist nicht das, was abgeschafft wird, das ist das, was verstärkt wird. Dafür wurden sie überhaupt erst gegründet. Das sollte man immer bedenken, wenn man solche Bücher und solche Depeschen wie das hier liest. Klingt interessant, aber geht an der Wahrheit leider ganz schön vorbei. Nun, die Tempelherren sind der Ärgernisse wegen, die sie gaben, streng bestraft worden. Und doch hat man nie gehört, dass sie so große Verbrechen begangen hätten als die Jesuiten. Sie haben nie mitten in den Staaten andere souveräne eigene Republiken errichtet und die Untertanen gegen ihre rechtmäßigen Beherrscher aufgehetzt. Auch weiß man nicht von ihnen, dass sie gegen Staaten und Königreiche usurpierten. Dies aber taten die Jesuiten und ihre Kolonien erstreckten sich bereits von Maramon, das ist Amazonenstrom, bis zum Uruguay. Ja, in kurzem wäre ihr Reich in Amerika vollends so angewachsen und so eingerichtet worden, dass keine europäische Macht Stärke genug besessen haben würde, sie aus einem solch ungeheuren Länderbesitze zu vertreiben. Besonders auch, weil derselbe von einer eingeborenen Masse verteidigt wurde, deren Sprache und Sitten nur allein die Jesuiten verstehen, endet die Depesche. Eine solche Sprache führte Pombal in Rom, um den Papst zu einem schnellen Entschluss zu bringen. Weil aber Antichrist Benedikt damit zögerte, natürlich, er war von den Jesuiten kontrolliert und beherrscht, so wiederholt der Minister sein Verlangen in einer noch weit schärferen Depesche vom 10. Februar 1758 und der Gesandte musste sogar mit einem Abbruch der Verbindungen zwischen Portugal und dem Heiligen Stuhle drohen, wenn auf die gerechten Beschwerden der portugiesischen Regierung keine Rücksicht genommen werde. Nun interessant, was wir hier lesen, ist das Datum, das jetzt gerade genannt wurde, der 10. Februar 1758. In dem selben Jahr 1758 kam ein neuer General der Jesuiten an die Macht, der einem jeden aus meinem YouTube-Kanal inzwischen sehr geläufig ist, mit dem Namen Lorenzo Ricci. Derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Jesuiten 15 Jahre später von Papst Antichrist Clemens XIV verboten wurden. Und warum ist das so wichtig, um das in diesem geschichtlichen Zusammenhang jetzt mal außerhalb dieser Buchlesung zu verstehen? Warum ist es so wichtig, solche Bücher wie die Arche und die Taube von J. Mos Ives und Herrscher des Bösen von F. Tapasorci gelesen zu haben und dann die Verbindung zu machen zu dem Buch, was Griesinger hier macht und eine Verbindung hinzulegen? Wir lesen wie hier aus Portugal, aus dem die Jesuiten ja bereits vor 1773 verboten wurden und aus Spanien, wo sie auch vor 1773 bereits verboten wurden, wie hier bereits der Drang auf das Papsttum ausgeübt wird, mehr oder weniger um den Jesuiten ganz und gar zu verbieten. Als 1773 die päpstliche Bulle Dominic Ag Redemptor mit der der Jesuitenorden abgeschafft wurde, veröffentlicht wurde durch Papst Clemens XIV. Da war das ein, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, ein abgekartetes Spiel. Lorenzo Ricci hat 1758 die Generalität des Ordens unternommen und hat in seiner ganzen Regierungszeit seines Generalats dafür gesorgt, dass er dieses Verbieten der Jesuiten, dieses offizielle Abschaffen des Jesuiten Ordens vorbereiten konnte, dass er das Untertauchen der Jesuiten in die dann von Adam Weishaupt neu gegründete Geheimorganisation der Illuminaten 1776 veranlassen konnte und dass die Jesuiten durch die Freimaurerorden die sie Anfang des 18. Jahrhunderts komplett übernommen haben, sie haben ja auch die hohen Grade der skottischen Freimaurer bis zum 33. Grad erst initiiert, dass die Jesuiten sich dahinter vollständig verstecken konnten. Und wenn man das hier liest, dass das hier 1758 passierte, was wir gerade eben lesen, diese harten Maßregeln gegen die Jesuiten, das zweite Schreiben von Pombal an den Papst mit dem Andringen, nenne ich es jetzt mal, dafür zu sorgen, den Jesuiten die Macht zu nehmen, da war einer wie Lorenzo Ricci gewarnt und der wusste ganz genau, was er dann tun musste. Und deswegen finde ich im Grunde in dem, was ich hier lese, eine Bestätigung von dem, was ich vor Jahren in meiner Lesung von Herrscher des Bösen bereits gesagt hatte. Da kannte ich das, was ich jetzt hier lese, ich lese das jetzt zum ersten Mal, da wusste ich das noch nicht. Aber ich finde darin Lorenzo Ricci war von Anfang an abgekatertes Spiel. Es war geplant, es war nichts weiter, als wir Tapasorsi in seinem Buch nennt Blown Cover as Cover, also eine Deckung sprengen, um eine andere Deckung im Grunde zu verbergen. Die Jesuiten gesprengt, um die Illuminaten zu verbergen. Dann die Illuminaten gesprengt und die Jesuiten wieder installiert. 1814 durch Papst Pius den 5. oder 7. weiß ich jetzt gar nicht mehr. Pius der 5. war es, glaube ich. Spiel auch keine Rolle. Das ist ja ein super Beispiel für eine Schattenregierung. Die Jesuiten sind ja sowieso die Schattenregierung überhaupt, davon mal abgesehen. Ja, aber es ist ja die einzige Zeit, wo sie mal keine offizielle carte blanche vom Papst bekommen haben, ist ja genau in dieser Zeit 1773 bis 1814. 14. 14, ja. Und genau da sind ja eigentlich ganz die wesentlichsten Dinge überhaupt passiert. Also die Gründung der Vereinigten Staaten, die französische Revolution und Napoleon, napoleonische Kriege und so weiter und so fort. Napoleon war ja von den Jesuiten kontrolliert und wurde in Europa ausgeschickt, um Kriege zu führen, um all diejenigen, die die Jesuiten vorher bestraft haben, selber zu bestrafen. Napoleon war nichts anderes als eine Peitsche für die herrschenden in Europa. Ja, aber deswegen ist es ja sehr interessant, dass genau an dieser Zeit halt diese Ereignisse stattgefunden haben und dann kann man ja auch mal rückverfolgen, auf wessen Idee das halt fußt und wenn Lorenzo Ricci zu dieser Zeit schwarzer Papst der Jesuiten beziehungsweise das vorbereitet hat und ja noch bei dem Verbot der Jesuiten regierender General der Jesuiten war, dann könnte man sich da ja auch mal hinterher schauen, wie denn so seine Reaktion da drauf gewesen ist und wenn die nicht Er wurde doch im Castello Gandolfo da in dem in dieser Burg gegenüber dem Vatikan wurde er doch festgesetzt und das lesen wir ja in die Herrscher des Bösen die Herrscher des Bösen dass da ein Gang bestand zwischen dem zwischen dem Gefängnis auf der einen Seite und dem Vatikan auf der anderen und dass das ja ganz lange gedauert hatte ich glaube 130 Tage 140 Tage nach dem Tod von Clemens dem 14 bis der Nachfolger Papst ernannt wurde der Braschi der inzwischen der Geschäftsführer war vor allen Dingen der Vatikan Bank und solche Sachen unter der Leitung von Lorenzo Ricci weil das waren alles Ziehkinder von Lorenzo Ricci Papst Clemens der 13 war ein Ziehkind von Lorenzo Ricci Papst Clemens der 14 Clemens der 13 hatte damals versucht die Jesuiten zu verbieten hat es nicht geschafft dann Clemens der 14 hat es geschafft ist dann ermordet worden hat ja noch diese berühmte Aussage gemacht ich wusste dass sie mich ermorden würden aber ich dachte nicht in einer so gemeinen und ja hinterrückten Art ermordet zu werden ja der hat doch der hat doch da seine vergiftete Liebchenspeise bekommen ja seine Feige vergiftete Feige also was was mir im Grunde Michael und das ist der der Punkt den ich machen wollte wo du natürlich gerne darauf einhaken kannst was mir auf einmal ganz deutlich wird ist das wo ich damals Herrscher des Bösen gelesen hatte wo ich sagte wenn die Jesuiten die Macht haben die sie behaupten zu haben dann ist das Verbot nur nach außen hin Theater was sie uns vorspielen und wenn ich jetzt lese wie hier durch den Marquis Marquis de Pombal der Staats der Premierminister von Portugal in der Zeit das Jesuitenverbot vorangetrieben wurde da kann ich nur sehen wie der mitspielt weil wir dürfen auch ein Ding nicht vergessen in diesem ganzen Gelaber was ich hier jetzt bringe der Marquis de Pombal der so schön wie er hier jetzt auch von Kriesinger dargestellt wird er stand sehr gut mit den Jesuiten vorher nicht wahr als er nach Österreich ging haben ihm doch die Jesuiten geholfen richtig haben wir gerade eben gelesen die Frage ist ja auch wo der Herr Marquis seinen Titel der hat naja pass auf und dann hat er sich also nachher gegen die Jesuiten gewandt das ist für mich doch ein da klingeln bei mir sämtliche Alarmglocken weil aus dem Eid der Jesuiten ja steht dass man Zwietracht säen soll zwischen den Parteien und dass man auf der einen Seite kämpft sogar gegen seinen Bruder der eventuell auf der anderen Seite engagiert ist offiziell gegen dich aber im Hintergrund auf deiner Seite mitspielt wie es im Jesuiten Eid darin steht und genau das lässt mich das noch mehr vermuten dass selbst das Spiel mit dem Marquis de Pombal nach außen hin wunderbar erscheint aber alles im Grunde vorher geplant ist weil ich bin mehr und mehr der Überzeugung dass in der Politik nichts aber auch wirklich gar nichts passiert was nicht vorher bereits geplant war Ja deswegen frage ich mich dann halt wo der Herr Marquis herkommt um da nicht nachher noch ernüchternd feststellen zu müssen dass er seinen Titel vielleicht dann doch klerikal hat sich verdienen müssen und deswegen sowieso auf der Linie der Kirche ist und dann einfach nur aufgrund der damals bestehenden populären Meinung scheinbar darauf umgeschwungen ist ich denke eine wirkliche Revolution gegen Jesuiten hätte immer nur aus der Bourgeoisie oder vom Volk selber jetzt herleiten können und nicht von 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 Kräften die halt jetzt schon eh im Adelstand gewesen sind ich denke das hätte von führenden Kräften ja genau denn da wird halt einfach sich normalerweise kein weltlicher Herrscher mit jemandem anlegen der eben genau diese carte blanche vom Papst hat also ich die Leute sind ja auch nicht dumm die sehen ja auch was mit den Gegnern passiert dass die da vergiftet werden und dass da ganz viel Geld im Hintergrund winkt und die ganzen Sachen ich denke das Volk hat sich sehr empört aber die Herrscher haben halt letzten Endes nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht ja so kann man das auch sagen ja Viktor hast du da auch eine Meinung zu? jetzt hatte ich mir gerade noch mich so intensiv auf die den Kommentar von mich ja jetzt auch nochmal gerade jetzt hatte ich ist mir gerade der Faden ein bisschen abhandengekommen vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein na ok auf jeden Fall wir können ja auch weitermachen es geht ja nicht darum jetzt darüber lange zu diskutieren aber mir wird auf einmal ganz deutlich dass wenn wir hier lesen was hier in 1758 passierte dass das eben genau das Jahres an dem Lorenzo Ricci die Generalschaft von den Jesuiten übernommen hat und dass er die ganze Zeit seines Generalats damit verbracht hat darauf hinzuarbeiten ein kontrolliertes Verbot der Jesuiten hinzubekommen weil nichts anderes war diese päpstliche Bulle oder Breve Dominic Ag Redemptor mit den Ag Redemptor Nostach mit denen die Jesuiten 1773 verboten wurden also Jörg ganz kurz mir fällt das jetzt wieder ein also wir müssen ja immer berücksichtigen dass die Kirche sich ja im Krieg befindet und letztlich auch dann auf gerade diese Zang-Zu Kriegstechniken gerne zurückgegriffen wird und daher ist es natürlich auch offensichtlich dass irgendwann natürlich auch mal so ein Schritt passiert dass man dem Feind sozusagen signalisiert man ist man geht löst sich auf also man existiert nicht mehr erscheine schwach wenn du stark bist und stark wenn du schwach bist richtig genau und letztendlich dieser englische Ausdruck wie sagtest du das noch blown cover blown cover is cover ja also eine Deckung ein aufgeblasener Deckmantel hochblasen um eine andere Deckung im Grunde damit zu verbergen ja genau aufgeblasener Deckmantel das war es ja ja richtig nee das das wäre sonst noch so weit was mir dazu einfällt also letzten Endes man darf sich davon auch nicht überraschen lassen dass mal so ein Schritt passiert wir haben ja auch schon früher mal darüber gesprochen inwieweit das ja auch ab und zu so ein bisschen generationsabhängig auch ist inwieweit die Leute ja auch wieder vergessen und ab dem Zeitpunkt wo sie dann ja auch offiziell wieder ich sag mal alle Freiheiten und alles wieder genießen durften also ganz offiziell wo dann der ich weiß jetzt gar nicht welcher Antichrist das war auf diese Bulle oder Brewe quasi von dem Papst der damals 1700 wann war das 73 die Jesuiten offiziell verboten hat das war Clemens der 14. Clemens der 14. ja und der dann auf die ja quasi darauf gepinkelt hat was der sein Vorgänger gesagt oder getan hat ja das war Pius der 5. ja ja richtig und so viel wieder auch mal zur Unfehlbarkeit also da sehen wir auch wieder wie die Widersprüche da auch wieder aufkommen in der römisch-katholischen Kirche und ja an sich wollte ich das nur mal anfügen also letztendlich stimme ich dir auch zu dass wenn wenn wir auch sehen dass natürlich gewisse Leute dafür auch sag ich mal sich eingesetzt haben dass die Jesuiten verboten werden dann letztendlich kann man auch ganz gut dazu den den Schluss dann ziehen dass eben manche dann halt auch eingeweiht sind und auch dafür arbeiten dass eben genau das Ziel passiert was oder das das der Zweck der der heiligt ja die Mittel ja das wissen wir ja schon seit gestern das ist so nein aber was ich was ich wichtig finde um hierbei nochmal eben zu betonen wo wir das Buch von dem Griesinger hier lesen wenn ich das nur so lese wie der Griesinger das hier schreibt dann lese ich das und dann finde ich das eine spannende Geschichte und was passiert jetzt mit den Jesuiten und so weiter aber wenn ich die ganzen Hintergründe verstehe weil ich noch andere Bücher gelesen habe dann sehe ich im Grunde erst wie es den Jesuiten gelungen ist das von Anfang an zu kontrollieren und wenn ich meinen eigenen Untergang kontrollieren kann dann kann ich auch meinen eigenen Aufstieg kontrollieren und bestimmen und das ist ein Punkt der wichtig ist weil wenn wir nur das Buch hier lesen wie der Griesinger das hier schreibt dann versteht man das so nicht nur wenn man dieses Hintergrundwissen aus den anderen Büchern hier noch mit zunimmt und dann seine eigenen Gehirnsynapsen mal ein wenig arbeiten lässt und Verbindungen herstellt die nicht überall so offiziell erscheinen dann versteht man den ganzen Sinn dieser Sache damit sage ich jetzt noch gar nicht mal was gegen den Marquis de Pompay was ich vorhin sagte über das Porto verkaufen schön aber er wird wohl auch irgendwo da mitgespielt haben und das versteht man halt nur wenn man die Jesuiten wirklich versteht und dafür muss man den Eid der Jesuiten verstehen und verinnerlichen verinnerlichen in dem Sinne dass man es wirklich begreift was damit gemeint ist und dass man keinem in einer solchen Position trauen kann auch keinem hohen Politiker wie gesagt ich glaube nicht dass in der Politik irgendetwas passiert das nicht vorher so geplant gewesen ist ich kann mir nicht vorstellen dass der Marquis de Pompay diese Macht ausgeübt hat die Möglichkeit hatte diese Macht gegenüber den Jesuiten auszuüben ohne die Zustimmung des Generals der Jesuiten davon zu haben weil lasst uns doch ehrlich sein wenn es darum geht so einen Mann aus dem Wege zu schaffen dann finden die Jesuiten immer Mittel und Wege sei es über Gift sei es über den Dolch sei es über die Kugel die bleiernde Kugel oder auf welche Art und Weise auch wenn der den wirklich so auf den Keks gehen würde dann würde der morgen nicht mehr leben aber er hatte eine Mission zu erfüllen da gehe ich mal von aus und wenn er die Mission erfüllt hat dann kann man immer noch aus dem Weg räumen das ist der Punkt den ich im Grunde machen möchte und wo ich hoffe dass meine Zuhörer oder unsere Zuhörer hier in diesem Fall das auch begreifen und sehen wie wichtig es ist die Verbindungen zwischen den verschiedenen Büchern zu legen und damit zu einem Verständnis zu kommen was kein einziger Autor so schreibt so veröffentlicht sondern dass man von den verschiedenen Büchern all sein Wissen zusammenraffen muss zwischen den Zeilen lesen muss und dann sich eine Geschichte geformt die schlussendlich Sinn macht aber fahren wir nochmal eben weiter fort ich möchte mal den letzten Satz eben nochmal lesen hier wo fängt denn der an oder viel zu lange zurück gehen wir nicht so weit zurück also nun endlich konnte der Papst nicht mehr umhin dem an ihn angestellten Ansinnen zu entsprechen und ließ den Markide von Ball benachrichtigen dass er den Kardinal Salvagna Zaldanha zum Reformator und General Visitator des Ordens Jesu in allen portugiesischen Staaten ernennen wolle wenn dies die Billigung des Ministers finde Pombay erklärte sich sofort damit einverstanden und nun erhielt in der Tat der besagte Kardinal in einem vom 1. April 1758 datierten Breve die ausgedehnteste Vollmacht den Orden Jesu in Portugal in Haupt und Gliedern zu visitieren und je nach Erfordernis der Umstände gründlich zu reformieren diese Reformation hat eben viel Erfolg als die Reformation von Martin Luther sage ich mal zugleich aber wurden demselben vom Heiligen Vater auch geheime Verhaltensmaßregeln übergemacht worin ihm im Allgemeinen die größte Vorsicht Klugheit Mäßigung und Nachsicht anbefohlen und insbesondere noch scharf ans Herz gelegt wurde so viel möglich allen Lärmen alle Ärgernis und alle Publizität zu vermeiden damit der Sozietät Jesu nicht zu viel Schaden aus der Untersuchung erwachse man könnte den Orden ja vielleicht noch brauchen man sieht der Papst spielte ein gedoppeltes Spiel und wollte jedenfalls die Söhne Loyola so viel als möglich schonen diese dagegen erhoben sobald sie Saldanha als Breve Saldanha das Breve in Portugal bekannt machte ein furchtbares Geschrei erklärten dasselbe für erschlichen und ungültig bewarfen sowohl den Papst selbst als seinen Bevollmächtigten den Kardinal mit dem Kot der Verleumdung und schadeten sich so durch ihre blinde Wut weit mehr als durch ihre sämtlichen sonstigen heimlichen Grünsünden der Kardinal Saldanha nämlich konnte jetzt nicht mehr umhin eine wirkliche und tatsächliche Untersuchung anzustellen und da er wie er sich selbst ausdrückte mit völliger Gewissheit fand dass die Jesuiten ihre Kollegien Noviziate und Residenzen in Warenmagazine Komptoire und Wechselstuben verwandelt hatten so unterzeichnete er am 15. Mai ein Dekret kraft dessen er denselben alle Handels schafft bei Strafe des großen Kirchen Bannes Verbot also Exkommunikation Interessant ist doch dass wir hier lesen dass die Jesuiten ihre Kollegien Noviziate und Residenzen in Warenmagazine Komptoire und Wechselstuben verwandelt hatten an was erinnert euch das meine lieben Brüder Jesus der im Tempel zu den Geldwechslern ging und sagte ihr macht aus meinem Tempel eine Handelshalle oder was in der Richtung ich weiß nicht auf die genauen Worte Räuberhöhle Räuberhöhle ja genau A den of Thieves wie er das im Englischen sagt im Englischen kriege ich die Worte immer besser zusammen als im Deutschen ist das nicht wunderbar wie man hier wieder ein Gleichnis mit der Bibel ziehen kann das ist nämlich etwas was mir die ganze letzte Stunde in dieser Lesung noch gefehlt hat ein wenig auf die Bibel sprechen zu kommen und deswegen möchte ich mit diesem Satz die Lesung für heute auch abschließen weil der Autor gibt mir hier ganz deutlich einen Bezug auf die Bibel in dem er sagt dass der Kardinal sich ausdrückt mit völliger Gewissheit fand dass die Jesuiten ihre Kollegien Noviziate und Residenzen in Warenmagazine Komptoire und Wechselstuben vor allen Dingen der Begriff hier dieses Wort das ist es Wechselstuben verwandelt hatten und so unterzeichnete er am 15. Mai ein Dekret kraft dessen er denselben alle Handelsschaft bei Strafe des großen Kirchenballes verbot wie gesagt erinnert mich an die Aussage von Jesus Christus über die Geldwechsler im Tempel damals und mit diesem Bezug zur Bibel möchte ich für meinen Teil diese Lesung von heute auch beenden und frage jetzt natürlich noch eine abschließende Bemerkung von Bruder Michael und Bruder Viktor bitteschön Ja auch in dem gerade von eben von dir gelesenen Kapitel der Jesuiten und ihre Umtriebe in Paraguay haben wir doch wieder festgestellt dass es überhaupt nichts oder dass es überhaupt nicht um den Glauben geht oder darum geht den anderen Menschen das Evangelium zu wiederzugeben oder überhaupt zu predigen irgendetwas für die Ureinwohner zu tun sondern lediglich wie die Überschrift schon zeigt einfach nur das egoistische Handeln und möglichst viel Gewinn Profit abzuwerfen und die Société Jesu dann halt weiter voranzutreiben darum geht es letzten Endes es geht also überhaupt nicht um irgendein christliches Ziel sondern der Société Jesu der geht es letzten Endes nur darum um mehr Reichtum um mehr Einfluss um mehr Macht und alles andere ist letzten Endes dem Untergeordnet und da wir an ihren Früchten halt die Früchtchen erkennen frage ich mich dann wer dann allen Ernstes behaupten kann dass diejenigen eine christliche Vereinigung sind wo ja eigentlich jeder schauen müsste in den Geschichtsbüchern was mit den Ureinwohnern ja passiert ist damals sie wurden halt zwangsevangelisiert sozusagen aber eben nicht mit dem Heiligen Geist sondern tatsächlich mit dem richtigen Schwert und Jesus hat ja selber gesagt dass das einzige Schwert was dann tatsächlich zum Einsatz kommt ist das zweischneidige Schwert das Wort Gottes und das kam eben nicht zum Einsatz von daher kann man ganz ganz viele Parallelen dazu ziehen dass die ganze Eroberungsgeschichte in Südamerika jetzt nicht nur Paraguay sondern auch andere Länder der Spanier und der Portugiesen letzten Endes überhaupt keinen Hintergrund hatte um das Christentum voranzutreiben das war dann tatsächlich nur die absolute Farce und die sogenannte exoterische Lehre aber es ging eigentlich nur darum dass die die Macht der Jesuiten und auch die Macht der römisch-katholischen Kirche deren Soldaten sie sind dann zu vergrößern auf Kosten letzten Endes der ganzen Ureinwohner und darum geht es nach wie vor das heißt das was in Paraguay quasi wie ich letztens schon sagte den Anfang genommen hat wird jetzt mittlerweile auf jedes Land der Welt ausgeweitet und man hat ja sogar auch schon in der Arktis oder Antarktis hat man ja auch schon Claims abgesteckt und es gibt ja kein Fleckchen Erde was tatsächlich noch heute irgendeinem Menschen gehört soweit mir bekannt sondern es gehört alles Staaten und Staatenbunden und deswegen kann man sich halt einfach sagen gut dann ist es halt so wir nehmen sowieso nichts mit das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen und deswegen sind wir halt einfach aus Staub und Lehm geformt und wir werden auch später wieder zu Staub und deswegen kann uns das eigentlich relativ wurscht sein dass wir halt in diesem Leben eben nicht nach diesen weltlichen Dingen streben die geben die Jesuiten anstreben um mehr Macht auf dieser Welt zu erlangen durch die ganzen Reichtümer die sie zusammen gerafft haben durch diese ganze Diebstahl durch Land und durch Mord und Plünderung sondern uns geht es halt tatsächlich nur dafür unsere Schätze im Himmel zu sammeln da wo sie hingehören und da wo wir hoffentlich auch alle irgendwann mal hingehen dann damit gebe ich das Wort dann weiter an den Bruder Viktor Ja vielen Dank Michael für deine abschließenden Worte Es gibt Freitext Ne war auf jeden Fall doch fand ich auch sehr passend was was du noch erwähnt hattest und ja mir ist jetzt auch denke ich auch mehr und mehr klar also man kann ja sowas wie die Jesuiten versuchen zu verbieten oder ja solche Organisationen nicht zuzulassen im Grunde genommen weiß man doch aber auch letztendlich die Menschen wenn die nicht auf der Grundlage der Bibel auf dem Fundament der Wahrheit operieren handeln der ihr Gewissen darauf basiert dann kannst du mit den Leuten nun mal keinen Start machen und daher macht das letztendlich auch jetzt nicht so den großen Unterschied sind die Jesuiten jetzt offiziell verboten oder nicht oder sind sie dann da auch in der Zeit natürlich auch zekularisiert auch mehr und mehr es ist schon ja auch die Residenzien sind dann zu Wechselstuben verwandelt worden und ja ich wollte damit nur ausdrücken also man soll sein Heil nicht in weltlichen Dingen suchen oder in versuchen Lösungen in dieser Welt oder Konflikte in dieser Welt auch mit versuchen mit Werkzeugen in dieser Welt zu lösen also das funktioniert in der Regel nicht das zeigt ja auch die Geschichte hoffentlich ja auch hier ganz gut und das einzige Werkzeug was der Mensch mit sich führen sollte das ist halt die Bibel und ja daran noch möchte ich noch mal erinnern und dann freue ich mich auf die nächste Lesung mit euch bis zum nächsten Mal und tschüss ja ich danke euch beiden für diese abschließenden Worte und ich möchte dann selbst noch zum Abschluss kurz mit reinbringen das Ziel der Jesuiten auf dieser Welt ist die Manifestation des Königreiches Satan auf dieser Erde denn so wie er bereits Jesus angeboten hat in Lukas Kapitel 4 es ist ihm gegeben zu geben an wen er will und wenn er es nicht gibt dann behält er es selbst und da geht es drum seine Manifestation als König dieser Erde und als Gott dieser Erde vor allen Menschen und dafür müssen die Menschen ausgerottet werden die das Wort des wahren Gottes hochhalten die Bibel und deswegen muss die Bibel und die Menschen ausgerottet werden das ist der Punkt den ich eben zum Abschluss noch gerne machen wollte außerdem möchte ich noch mal daran erinnern es ist alles bereits vorher geschrieben unser unfehlbarer allmächtiger Vater im Himmel kennt das Ende von Beginn an und er hat in seinem Buch in der Heiligen Schrift das Ende geschrieben er hat den Anfang geschrieben er hat geschrieben was in der Mitte passiert und er hat das Ende bereits vorgeschrieben von daher können die Menschen hier auf dieser Erde so viel versuchen wie sie wollen die Jesuiten abzuschaffen die römisch-katholische Kirche abzuschaffen sie zu reformieren Heiden zu bekehren so viel wie sie wollen es wird nicht passieren es steht geschrieben dass der Herr die Seinen versammeln wird und er gebraucht Werkzeuge wie Victor Michael mich und noch andere Menschen dazu um seine verlorenen Schafe hier und da wach zu rütteln und zu ihm zu führen aber was geschehen wird auf dieser Erde steht schon lange geschrieben und es ist außerhalb unserer Macht um das zu verändern oder man müsste mit anderen Worten versuchen zwei Ameisen müssten probieren die World Trade Centers die ja damals so wunderbar eingestürzt sind probieren abzureisen genau die gleiche Gelegenheit würdest du einem oder zwei Menschen geben die Geschichte zu verändern die Gott vorher geschrieben hat es wird nicht passieren es passiert so wie Gott es geschrieben hat weil er kennt das Ende von Beginn an und es ist unsere Aufgabe in dieser Prophezeiung unsere Rolle zu erfüllen und so viel wie möglich für ihn und in seinem Namen zu sprechen und die Leute daran zu erinnern ihn kennenzulernen sein Wort zu studieren die Bibel zu studieren und damit bin ich wieder bei meinem Credo lest eure Bibel Mahanata die Bibel zu erinnern